hallo meine lieben guten morgen ja ihr seht ich laufe wie ein storch im salat ganz ganz liebe guten morgen grüße aus unserer baby krabbel gruppe heute morgen aus unserem indoor spiel paradies ja der grund warum ich heute morgen dieses video mache ist der kleine tanuki der hier gerade an seinem fötchen rumknarret der schätzilein der war eigentlich reserviert und ja jetzt sucht der kleine schlumpf doch wieder ein liebes neues zu hause da die familie die ihn nehmen wollte leider abgesprungen ist und aus diesem grund mache ich heute das video weil es könnte ja sein dass sich irgendjemand im laufe der letzten wochen als ich immer meine videos aus dem indoor spiel paradies gemacht habe in diesen süßen süßen teddybären verliebt hat und hat gedacht er werde nicht mehr frei also tanuki ist wieder frei er sucht ein ganz ganz liebes neues zu hause und wer auch ideal geeignet für familien mit kindern wo trubel und action ist weil er ist ein absolut süßer schatz ja also wer interesse an tanuki hat der pomeranian der etwas größer wird und stabiler der kann sich gerne mal melden und anrufen bis dann meine lieben tschüss tanuki zeig dich mal wir fliegen mal ein das ist der süße schatz ist er nicht goldig das teddybärchen ihr seid alle süß ihr seid alle süß bis dann meine lieben tschüssi tanuki lach noch mal in die kamera so ihr mäuse ihr wäschen